Nein! 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 Scheiße! Sonntag 15 Uhr, ich chill' allein in meiner Crip. Oh! 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 Was passiert? Im Ernst? Hallo Leute! Oh! Oder Maxi hat einen Impostabug. Nein, bitte! Tschüss Maxi! Maxi, im Ernst? Ich hab geskippt, Maxi. Ich hab gewohnt. Ich hab jetzt Maxi gewohnt, weil ihr alle Maxi gesagt habt. Das war ein Joke! Oh mein Gott! Ein Joke! Aber dafür war es echt witzig. Ja. Genau! Und Maxi kann deine Stimme schonen jetzt. Ey, wer hat mich schon wieder gevoten? John! Maxi, jetzt! Jetzt kannst du auch Kackpuh machen! Kackpuh! Oh, Glück gehabt, Alter. Okay, die meisten sind rechts gelaufen. Das heißt, ich geh auf jeden Fall jetzt rüber. Vielleicht find ich hier einen. Oh mein Gott, wer stand da gerade hinter mir? Was ist das denn? Maudano, was ist das denn? Maudano, stehe im Cockpit, mache meinen Fadenkreuz da rauf, seh, dass jemand hinter mir steht und dann wird plötzlich reported und ich werde direkt angeschrien. Ich glaub mir, Maudano. Ich glaub mir, Maudano. Okay, darf ich reden, wie es von meiner Seite aus war? Gerne darfst du das. Ich mach, äh, wie heißt das? Security? Nee. Äh, O2. Geh ich rein, mach den Abfall plus die Blätter. Geh in Navigation rein. Was hast du bei O2 gemacht? Hä? Meine Aufgaben? Ja, aber was für eine Aufgabe hast du bei O2 gemacht? Äh, Abfall entleeren und, äh, dieses mit den Blättern, hab ich ja gesagt. Beides. Jetzt, jetzt, jetzt hört mir mal ganz kurz zu. Hört mir mal ganz kurz zu. Ich lauf in Navigation rein. Maudano macht diese Aufgabe mit dem Zielen und rechts neben ihm liegt John. Okay, okay. Jetzt ist folgende Möglichkeit. Entweder du hast ihn umgebracht, selbst Report und hast mich instant angeschrien. Oder, jemand hat die gemacht, während ich in der Task war, aber der Task ist so kurz. Das wäre ziemlich dumm von Maudano. Und der Task ist so kurz, das heißt, es ist... Hier, Maudano würde nicht da stehen bleiben. Nee, nee, nee. Das wollte ich auch grad sagen, ja. Ja gut, aber es ist Maudano. Aber der, aber der Task... Ja, aber ich war so... Obwohl, es war dunkel, es war dunkel. Ich hab davor den Download-Task gemacht. Aber eigentlich, eigentlich hab ich keinen Report-Task. Warten wir jemanden jetzt oder skippen wir? Nee, skippen. Wir können skippen. Ich hab gewartet, aber wir können auch skippen. Ja, das können. Ich war Trauma und Dardo. Tim... Oha! Oh mein Gott! Oha! Was los? Boah, ich hoffe, ich vergesse nicht, mich mal stumm zu stellen. Aus Bedeon. Aus Bedeon. Aus Bedeon. Nein. 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 Maud hat heute nichts gesehen. Scheiße! Nein! Nein! Scheiße! Tür zumachen! Tür zumachen! Tür zumachen! Nein! Kann's nicht gewesen sein, mit dem hab ich mich gescannt. Timmy, du hättest bei mir bleiben sollen, Mensch. du bist du hingelaufen ich bin oben links rumgelaufen nein du bist unten links bei mir an admin vorbei und dann ist das licht ausgegangen und dann bist du von lower engine bis zu security gegangen einmal und dann bei upper engine ja ich würde sagen useful sass außerdem hängt es nicht kurz angemacht ich habe das licht dabei läuft warum hast du es nicht angemacht ich habe gesagt ihr macht das ja wieso hast du so lange gebraucht für das ziel ding nicht lang für das ding gebraucht deswegen bisher meine sache ich war dann nicht lang drin ich war da vielleicht drei sekunden drin und dann ist er plötzlich gleich deswegen ist es kommt mir so merkwürdig vor die sache ist ich habe davor download gemacht und das licht war aus aber ich meine ich habe keinen report button aufblinken sehen deswegen ist das ganze sehr sehr merkwürdig also ich finde es ist merkwürdig wie du da hier weil ich meine im moralen kluger mensch sage ich jetzt mal so eine wunde und er könnte jetzt einfach sagen ja ich war einfach in dem raum hat den porten nicht enttümerlein also hätte ich hätte ich da wirklich jemanden umgebracht hätte ich mich nicht nebendran gestellt und die aufgabe gemacht ja das könnte vielleicht eine kutte ist vielleicht deine art zu zeigen so ich will es direkt nicht aber vielleicht war schon sass bist hast du jetzt gerade keinen gekillt deswegen wurde ich jetzt mlgamer weil wir wollen müssen ich denke es ist you und mlgamer weil wir wollen ich war auch gamer glaube ich Was? ich bife halt nicht also es könnte auch falsch sein ich habe keinen anderen Anhaltspunkt es war sehr aggressiv es tut mir leid oh nein entschuldigt sich Hallo, Tess, bin ich stumm? Tess, Tess? Ja. So, okay. Oh! Oh, ich hab ein Linux-Betriebssystem komplett ausgeschaltet. Ja, ich hab June, glaub ich, direkt neben Maudado getötet, während das Lichtauswand war so effekt, weil ihr euch dann gegenseitig verdächtigt habt. Richtig crazy movie. Ey, ihr habt euch gegenseitig, ihr mussten gar nichts machen. Oh, was? Cracker und ich werden so ein einfaches Spiel. Was? Ihr habt euch gegenseitig getötet. Keine Ahnung. Als mein Mode ML Gamer dann wieder so aggressiv war, dann hab ich ihn wieder verdächtigt. Davor hab ich gedacht, das wär echt nur ein Zufall gewesen. Ja, aber du musst mal meine Sicht sehen. So, ich komm da in den Raum und du bist zwei Meter neben der Leiche. Ich denk mir so, okay, hä? Ja, aber er hätte sich wahrscheinlich eher bewegt dann deswegen. Ja, ich dachte, das gehört zu seinem Spiel. Ah, you know. Juhu war mir nur das Einzige, was komisch kam von Juhu. Das war wirklich, dass er einfach am Licht vorbeigelaufen ist. Hey, Nordato, ich hab da gewendet in dem Raum, wo du warst. Ich dachte, ich hab so gestritten. Ja, aber das licht mal doch aus. Ja, stimmt, das hab ich ausgemacht. Ich bin so smart. Mega, wie smart ich bin ohne das Wissen. Das war ja ein nicer Run hier, oder was ist da los? Sehr gut. Die Zeit vergeht immer so schnell bei diesem Spiel. Ist eine Stunde, zocken wir schon. Gefühlt zu drei Games haben wir gerade gemacht. Ich muss mal mein Handy hier vorne hin tun, weil ich nicht genau weiß, wann Renns so rüberkommen möchte. Mordato hat gerade gekillt. Du hast Mordato gekillt? Du hast Mordato gekillt. Du warst doch knapp bei mir. Oh, stimmt. Wait, Maxi, du warst doch auch da. Wir waren da zu sechst auf der rechten Seite. Wer ist weitergerannt? Ich bin gerade nach links und hab dann vor der Kamera getworked. Wait, du hast den Fufall geportet? Ja, eben, das war bei uns. Maxi war nämlich an Müll. Ich glaub nicht, dass es Maxi war. Der ist gerade losgelaufen und ich bin ihm hinterhergelaufen. Und dann hab ich ihn nicht mehr gefunden und dann hab ich Mordato liegen gesehen. Also, ich würde... Ich glaube, Cracker war da. War nicht Cracker hinter... Oh, es waren voll viele da. Warst du nicht hinter Mordato gelaufen? Oder seid ihr nicht zusammengelaufen? Nee, also ganz kurz. Also, ich war gerade bei Lower Engine. Ich war gerade nicht da in der Nähe. Okay, also Gnu hat für mich in der Cam getworked, muss ich sagen. Ja, war gut, gell? Ich hab nicht drauf geachtet, wer noch rechts war. Hat er das gefallen? Ja, war schon. Maxi, ziemlich nice. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach John ist, ne? Man sagt ja auch, ein Lügner schweigt oft, sagt man ja. Der ist so ruhig da unten. Puh, von Maxi kann ich halt auch ausschließen eigentlich. Weil die beiden sind halt in der Cam runtergelaufen. Ja, sicher, dass ihr mich nicht rauswurzeln wollt? Nee, nein, nein, nein. Ich will mich nämlich wieder aufs Ofer legen. Ein bisschen Mitleid und so. Ich trau diesem Ion da, den roten da drin, trau ich nicht. It's personal. Nein, kein Licht. Licht ist wieder da. Das hat der Cracker gemacht. Cracker hat... Ach nee, oder? Achso. Pam. Pam. Fufu hätte mich jetzt killen können. Komm, Security-Camps. Timmy. 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 Fufu kommt rein. Komm mal, Fufu wollte killen. Jetzt bin ich tot, weil... Weil beide einfach Imposter sind. Saftiges Knur war auch hier drin. What the fuck? Einmal hier. Mein Liquid auffüllen. Ist ne... Ist ne humane Runde. Bis jetzt passiert nix, oder? Alles... Alles im grünen Bereich. Ach, Licht sieht wieder aus. Ah, wie dumm. Also was heißt dumm? Nicht schlecht gespielt, aber... Äh... Hi! Nice Heart, Health Report. Ja, danke, danke. Habt mir sehr viel Mühe gegeben, auf jeden Fall. Ähm... Sache ist... Es ist auf jeden Fall Cracker. So... Was soll das denn mit? Warum? Also ich stand... Also das Licht ist ausgegangen, ich bin in die Camps gegangen. Dann hab ich gesehen, wie Cracker in Mad Bay reingegangen ist. Gnu war vorher da drin, Gnu ist jetzt tot. Ähm... Dann bin ich hingelaufen zum Mad Bay im Dunkeln. Ähm... Cracker kam mir auch nicht aus Mad Bay entgegen. Bin nicht in Mad Bay rein. War kein Cracker, aber Gnu tot. Also ich bin... Das ist so... Ja, ja. Ich war in Mad Bay und bin dann die Lichter fixen gegangen gerade. Also Gnu war da. Ich glaub Winter Cracker, der würde niemals lügen. Aber Cracker ist wirklich rausgekommen. Ich bin ja... Ich bin auch in Mad Bay reingekommen. Cracker ist da auf jeden Fall mir entgegengekommen. Also er ist nicht gewandet, also. Das hab ich gesehen. Du hast Lichter fixen? Also ich war grad auf dem Weg zu Lichter fixen. Ich hab die Lichter nicht gefixt, aber ich war fast da. Freunde, dann ist es... Dann ist es Drew und Cracker. Nee, also ich kann es gar nicht sein. Drew und Cracker sind da zusammen gelaufen. Ich kann es gar nicht sein. Achso, ja dann. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich wurde jetzt Cracker. Also ich wurde... Timid, weil ich bin... Also ich bin halt wirklich aus dem Mad Bay rausgekommen. Ich bin halt... Ich bin halt legit nicht gewandet. Okay. Aber dann hast du ja Gnu nicht gesehen. Ja, ich hab... Also ich hab Gnu in Mad Bay gesehen, aber da hat sie noch gelebt. Dann bin ich die Lichter fixen gegangen. Oh shit, ich skippe. Ich bin nur unter dir. Nee, skippen sollten wir auf gar keinen Fall. Oh shit, ich hab schon... Skippen darf man nicht mehr. Ja, okay, gusch. Ich weiß echt nicht, wie ich von euch glauben soll. Mir auf jeden Fall immer. Cracker! Fährt zum Bäcker! Forster Cracker! Doch, Bäcker, Mecker! Wow, shit, wir haben gewonnen. Achso! Achso, Cracker! Da bin ich einmal im Poster und ich flieg raus aus der Runde! Alter, das ist auch immer dein typischer Luck. Aber du bist gewandet, oder Cracker? Ja, ich bin gewandet. Echt jetzt? Ich bin aber vorher, du hast mich gesehen, ich bin halt aus Mad Bay raus und dann wieder rein und dann hab ich Gnu gekillt. Ja, das hat sehr wehgetan. Harte, stich in die Lunge. Man kann doch nicht einfach Gnu töten. Ja, der wollte mein Sack jetzt gleich. Man kann bei den Camps auch sehen, wie Lichter aus sind, ne? Ja. Nur wenn kommen, 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 sabote jetzt ein Sieb. Ah. Ah. Wir chillen am Pool, komm doch vorbei. 30 Grad, ey, fuck mal live. Urlaub daheim, spring einfach rein. Ein Mai Tai, ach komm, ach drei. Wir chillen am Pool, komm doch vorbei. In's das Dummy Time. Arschbombe rein.